Ein Brief Bertha Zuckerkandels an Madame Paul Clemenceau Paris, Wien, 1905. Liebste, meine Korrespondenz mit Carrière hat also ihr Ende gefunden. Er fordert, liest nicht mehr meine Berichte über die Fortentwicklung einer Bewegung, die er »La Partizipation de l'Autrischer Lévenement mondial de Réveil de la Conscience artistique spirituelle« nannte. Und eben jetzt haben wir in Wien ein großartiges Beispiel jenes »Réveil de la Conscience artistique« erlebt. Ich will dir davon berichten. Der Brü waren Clemence Rebellentat schildern. Du kennst ihn und schätzt ihn. Vor ungefähr zwei Jahren entschied der Unterrichtsminister, es müsse doch auch einmal einem der verfemten Sezessionisten ein Staatsauftrag zugewiesen werden. So wurden bei Klimt für den Festsaal der Wiener Universität drei Deckengemälde bestellt. Das Thema »Die vier Fakultäten – Medizin, Jurisprudenz, Theologie und Philosophie«. Gustav Klimts Sehnsucht war es, wie seine Beethoven-Fresken bewiesen, schon längst vom Tafelbild zu einem monumentaleren Stil zu gelangen. Ein namhafter Vorschuss wurde vereinbart, da diese Deckengemälde jede andere Arbeit ausschlossen. Klimt verpflichtete sich, zuerst Kartons vorzulegen, die eine Kommission zu prüfen und für geeignet zu erklären hatte. Dies geschah, die Kartons wurden akzeptiert. Es entstand zuerst die Medizin, dann die Philosophie, schließlich die Jurisprudenz. Klimt wich nun von jeder althergebrachten Symbolik ab. Er hat es gewagt, vermittels seiner Zeichensprache eigene Allegorien zu gestalten. Er hat das Gedankliche überhaupt in den Hintergrund gedrückt, denn das Malerische kommt bei ihm an erster Stelle. Von der Farbe kommen bei ihm Form, Gestalt, Komposition. Erst durch diese dynamische Kraft erwacht das Gedankliche. Ehe diese Gemälde, zunächst Medizin und Philosophie, an ihren Bestimmungsort gebracht wurden, stellte man sie in der Sezession aus. Der Großteil des Wiener Publikums benahm sich, als hätte es gegolten, über einen Verbrecher herzufallen, ebenso ein Teil der Presse. Wütend schimpfte man über die freche Herausforderung aller geheiligten Traditionen. Man bespuckte das als echt, wahre und eigenempfundene Werk. Doch war dies nur der Anfang des Kesseltreibens, denn die Führer der Jugend, die Professoren der Universität, für die ja die Deckengemälde bestimmt waren, vereinigten sich, um die Schändung der Alma Mater durch Klimts Werk zu verhindern. Es kam zu einer Senatssitzung der Universität. Dem Senat gehörten der Rektor vier Dekane und vier Prodekane an. Emil Zuckerkandl ist in diesem Jahr Dekan der Medizinischen Fakultät. Der Rektor verließ eine Eingabe. Es soll ein Protest beschlossen werden, in dem die Annahme der Deckengemälde als Schmähung der Kunst bezeichnet wird. Emil Zuckerkandl erhebt sich und kündigt an, dass er Stimmen von Kollegen für einen Gegenprotest sammeln wird, da er es für einen Eingriff in das freie Recht eines Künstlers hält, eine Art Femegericht walten zu lassen. Gereizte Debatte. Herr Klimt wagt es, sagt einer der Dekane, was ein Raphael für ewig gestaltet hat, anzutasten. Er verachtet die Symbole, die in der Darstellung der Medizin, der Philosophie, seit Jahrhunderten gültig sind. Für ewig? Selbst einem Raphael kann das nicht gelingen. Was meinen Sie damit, Herr Kollege? fragt Zuckerkandl. Dass Raphael die Philosophie durch die würdige Gestalt eines Gelehrten darstellt, der mit edler Gebärde ein Buch aufschlägt, das ist ein endgültiges Symbol. Ebenso wird die Medizin nur durch bestimmte Attribute bezeichnet. Fiolen und den Eskolabstab kann jeder Gebildete deuten. Nun fragt Zuckerkandl ironisch, ob die Medizin, die Philosophie, die Jurisprudenz seit der Renaissance keinen Fortschritt gemacht hätten. Ja? Und warum darf dann allein der Künstler nicht evolvieren? Gerade er, dessen subtile Antennen jede geistige Weltbewegung gierig auffangen, ist doch dazu ausersehen, ein höheres Abbild der sich wandernden Welt zu schauen. Dem kann ich nicht beistimmen, wendet der Rektor ein. Unvorstellbares muss durch bestimmte Konventionen gekennzeichnet werden. Und die verachtet, Herr Klimt eben. So lässt er die Philosophie als eine Art Gorgonenhaupt in einem flimmernden, flüssigen Äther schwimmen. Abscheulich. Magnifizenz, erwidert Zuckerkandl, gerade unsere Vorstellung des Weltraums hat sich radikal gewandelt. Was Sie Magnifizenz abscheulich nennen, nenne ich die Divinationsgabe eines großen Künstlers. Aber es fehlt uns ja vorläufig das ausschlaggebende Urteil, nämlich das unseres hervorragendsten Kunsthistorikers Professor Wickhoff. Er ist zur Zeit in Rom. Ich beantrage, dass er telegrafisch von Protest und Gegenprotest in Kenntnis gesetzt wird. Er soll seine Stimme abgeben. Wenige Stunden später langte Wickhoffs Antwort ein. Ich schließe mich selbstverständlich dem Gegenprotest an. Ich kenne und bewundere Klimts Deckengemälde. Einen Protest der Universitätsprofessoren halte ich für unzulässig. Der Protest wurde dessen ungeachtet von der Majorität der Professoren unterzeichnet. Der Gegenprotest brachte ihn aber um alle Wirkung. Dieser Sieg war errungen. Doch sollte sofort ein zweiter Angriff erfolgen. Man mobilisierte das Parlament. Ich glaube, es ereignete sich in der Kunstgeschichte zum ersten Mal, dass in einer Parlamentsdebatte über Wert oder Unwert eines Kunstwerks entschieden werden sollte. In meiner Redaktion erfuhr ich, dass für den nächsten Tag wegen der Klimtschen Gemälde eine Interpellation an den Unterrichtsminister vorbereitet werde. Ein dicht besetztes Haus. Denn die Klimtaffäre war in allen Salons und Cafés das Tagesgespräch. In der Journalistenloge erzählte mir ein Kollege, der Unterrichtsminister sei in peinlicher Verlegenheit. Er gehört nämlich der Deutsch-Nationalen Partei an und die Interpellanten sind christlich-soziale. Da eben Verhandlungen über irgendeine Kompromissabstimmung zwischen Deutsch-Nationalen und christlich-sozialen stattfinden und nicht gestört werden sollen, hat der Unterrichtsminister von seiner Partei die Weisung erhalten, die Interpellation entgegenkommend zu behandeln. Das heißt, nicht für Klimt einzutreten. Eine peinliche Situation. Der Unterrichtsminister hat doch selbst Klimt den Auftrag gegeben. Der Interpellant, ein besonders brutaler Kleinbürger, bekannt für seine protzige Verachtung aller Bildungswerte, bringt seine Anfrage ein. Er übt Kritik. Besonders hebt er die Unanständigkeit des Gemäldes die Medizin hervor. Den Zug der Heilungssuchenden bilden nackte Gestalten und eine Gebärende, eine schöne blonde Frau, der am blühenden Leib als sinnlich herausfordernd bezeichnet wurde, schwebt dem Zug voraus. Nun fragt der Abgeordnete, ob der Herr Unterrichtsminister dulden könne, dass die Kunst in solcher Weise zu obszönen Darstellungen missbraucht und damit die Moral der Studierendenjugend gefährdet werde. Er fordert den Minister auf, Maßregeln zu ergreifen. Nun muss der Minister antworten. Er hebt sich, spricht stockend, verlegen, sucht nach Ausflüchten und findet kein Wort zur Verteidigung Klimts. Er verspricht an den Gemälden, radikale Änderungen vornehmen zu lassen. Es ist der jämmerlichste Kotau der Schacherpolitik des österreichischen Parlaments, den man sich vorstellen kann. Obwohl ich mit dem Minister befreundet bin, nehme ich mir vor, ihn in meinem Kunstreferat scharf anzugreifen. Deshalb suche ich Klimt gleich am nächsten Morgen in seinem Atelier in der Josefstetter Straße auf. Es liegt verborgen im Gartenhof eines Altwiener Zinshauses. Ich klopfe, doch rührt sich nichts. Da fällt mir ein, dass Klimt, um nicht gestört zu werden, mit einigen Vertrauten ein bestimmtes Klopfzeichen verabredet hat. Jetzt öffnet sich die Tür. Klimt lugt vorsichtig heraus in seinem dunkelblauen Talar die graue Katze auf der Schulter. Sie sind's, Frau Bertha. Eben habe ich mich gefragt, wie Sie zu erreichen wären. Bar ist gerade fortgegangen. Er schwört, dass der Unterrichtsminister zur Demission gezwungen werden wird. Schmählich ist dieses Benehmen. Ich bin sonst nie dafür, die Öffentlichkeit mit meinen Kunstraffähren zu füttern. Aber diesmal geht es nicht um mich. Es geht um die Freiheit der Kunst, um ihre Würde. Es muss ein Exempel statuiert werden. Und wenn es mich auch viel Zeitung Geld kostet, ich will dafür einstehen, dass dieses schamlose Treiben der Mucker verurteilt wird. Bitte lesen Sie die Abschrift des Briefs, den ich noch gestern an den Unterrichtsminister geschrieben habe. Sie können ihn veröffentlichen. Der Schlusssatz des Briefs lautete. Ich, Gustav Klimt, erlege mit heutigem Tag den erhaltenen Vorschuss von 60.000 Kronen in der Kreditbank zu Ihren Händen, Herr Unterrichtsminister. Für einen Auftraggeber, der nicht an mein Werk glaubt, für einen Auftraggeber, der mich beschimpfen lässt, weigere ich mich ferner zu arbeiten. Der Auftraggeber ist der österreichische Staat. Sie, Herr Unterrichtsminister, sind dessen Vertreter. Sie hatten die Pflicht gehabt, den schmählichen und lächerlichen Angriff zurückzuweisen. Demnach behalte ich die fertiggestellten Gemälde, an denen ich keinen Strich ändern werde, als meinen rechtmäßigen Besitz und verweigere die Ablieferung. Gustav Klimt. Klimt ist bereit, mir ein Interview zu geben, das ich in meinem am Abend erscheinenden Blatt zusammen mit dem Brief veröffentlichen werde. Wir rasen, dringt er auf und ab und improvisiert eine flammende Anklage einen leidenschaftlichen Appell. Da klopft es. Ein Brief von Herrn Unterrichtsminister. Schon die Antwort? fragt Klimt. Während er den Brief überfliegt, zittert seine Hand. Dem sonst so gelassenen Mann schießt eine Blutwelle ins Gesicht. Er reicht mir den Brief. Sehr geehrter Herr Klimt, die Rückzahlung Ihres Vorschusses wird vom Unterrichtsministerium abgelehnt. Sie werden verhalten, die drei bestellten Gemälde, die bereits staatlicher Besitz sind, heute noch abzuliefern, widrigenfalls diese mit Brachialgewalt aus Ihrem Atelier geholt werden. Es ist mir lieber so, jetzt habe ich jede Rücksicht von mir zu werfen. Jetzt wird mein Atelier zur Festung und ich werde sie zu verteidigen wissen. Ha, Brachialgewalt wollen die Satrapen anwenden. Na, die sollen nur kommen. Und Klimt schließt eine Lade auf, entnimmt dir einen Revolver, prüft die Ladung. Es ist besser, sie gehen jetzt. Ich muss allein sein, damit ich mich ungehindert wehren kann. Wie es dann weiterging, ich veröffentlichte im Sechs-Uhr-Blatt beide Briefe und das Interview. Es war ein journalistischer Bombenerfolg. Man riss sich die Zeitung aus der Hand. Am nächsten Tag fuhr ein Möbelwagen bei Klimt vor. Klimt stand hinter der verschlossenen Tür und rief, ich schieße jeden nieder, der es versucht, hier einzudringen. Melden Sie das dem Herrn Minister. Nach stundenlangem Warten führte der Wagen ab. Er kam nicht wieder. Klimt erhielt die Mitteilung, der zurückgezahlte Vorschuss sei behoben worden und der Staat verzichte auf die Gemälde. Klimt hat sein ganzes Vermögen geopfert, zumal er zwei Jahre lang alle Privataufträge zurückgestellt hatte und ist nun bettelarm. Aber er schüttelt sorglos sein schönes Apostelhaupt, nimmt die Palette zur Hand und tritt vor seine Staffelei. Denn er ist einer jener Künstler, der zum Helden wird, wenn es gilt, sein Reich zu schützen. Herzlichst, deine Bertha. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, ZDF, Untertitelung im Auftrag des 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 ZDF,